recht herzlich willkommen zur 142 folge von towns ja wir wollen ganz viele sachen machen im keller wollen wir gehen haben wir gesagt letztes mal und ja wenn die dann da hier zwei hosen haben aber wir hatten ja festgestellt dass wir nicht ganz viel essen dabei hatten deswegen würde ich jetzt sagen verteilen wir mal hier die jobs wir brauchen erntehelfer und dann brauchen wir noch jemand der essen macht und dazu machen wir noch einen träger und die anderen beiden ohne der erste hat auch schon die frage wir machen hier oben noch ein erntehelfer raus müsste werden es wird aber auch schon so oder wird es ist schon so dass hier das getreide schon immer knapper wird na vielleicht müssen wir da mal ein paar reihen mehr anlegen so aufpassen so die kette wird auch keiner bauen ja das obst ist immer schön abgeerntet hier stehen wir keine laternen hier oben ist dunkel nach und hier ist auch nicht schnell gut die schweinefarben die werden auch nicht richtig gewirtschaftet naja oder da krähte hahn naja gut sieht es hier aus so geht langsam voran überall sind schon ein paar steine gesetzt der mittelgang hat auch schon ein paar hier gegenüber sind da schon zwei da kommt gerade wieder einer läuft gut gut guck mal mainz keller geschoss hier sind noch ausgrabungen ohne ende möglich da passiert nichts sondern mal gucken ja mal weiter runter sind sogar schon ein paar kerzen gestellt wahrscheinlich ist das auch schon einer oder was ja sind auch zwei kerzen schon da oder auch noch zwei hier sollen auch welchen passiert aber nicht da oben sind sogar schon zwei und dann ist glaubt da sabbat gut mal kurz durchgeguckt sieht ja fast aus als ob das schon entdeckt hier ist oder könnte wohl sein aber hier ist noch große fläche da sollte sowas passieren wie hier machen wir mal so hier kann man die kohle noch wegnehmen geht auch was wird gerade gearbeitet wenn wir dabei sind machen das auch weg ja hier machen wir noch mal reihe weg gucken wie es klappt kommt zack vielleicht gibt es immer noch hohlräume jetzt habe ich gerade das mausrad gedreht weil ich rauszummen wollte hier oben wird es bestimmt noch was machen wir so macht auch so egal aber auch ab genauso wie da auch abbauen gut tiefer geht also geht schon tiefer wir wollen sitzen nicht machen oder hier können die auch überall braun irgendwo bauen die auch gerade wieder ab aber da kommen wir hinten aber da haben wir auch schon was gegraben und sollte da weitergehen passiert auch nix und hier genauso wenig und hier geht auch noch nichts voran hier ist gerade was gemacht worden können das sein da haben wir mal hier sieht aus als ob auch einer einen stein weiter gemacht hat gut ok hier irgendwo was versteckt ist ja hier könnte man noch was weggraben ja also es kann auch hier ein raum sein ist klar hier zum beispiel relativ groß könnte immer irgendwo was sein so dann marschieren wir hier runter einer ging glaubt wieder zurück wahrscheinlich hunger ok wo gehen wir hin warte mal wenn die da lang gehen können wir das hier mal durchbruch kriegen naja jetzt wird hier gerade abgebaut und wir haben wenigstens zwei leute dazu gekriegt das waren sogar drei dann sollen die mal sich was anziehen und der oberer den kümmern job zu weisen machen wir noch mal einen erntehelfer gut gehen wir noch mal hoch hier rein wie sieht es hinter dem aus da ist auch gemacht dann haben wir auch schon alles gesagt was wir sagen wollten ja zack die reiben auch weg naja jetzt sind wir falsch rum so rum sind wir richtig rum nach vorne geht es hoch hier noch mal was gucken hier ist schon alles weg ach so hier ist der fluss ich wollte gerade sagen warum müssen das da aufgedeckt passt schon wo waren hier die treppe jetzt ach so hier ist unser friedhof und da sind noch städten da ok sollten wir hier nochmal gucken hier können wir nochmal das weg machen jetzt habe ich geklickt und passt schon den mal auch weg hier ist wasser rein theoretisch müsste das alles weg können bis dahin steine sind genug da noch gut gehen wir hier oben ist es tag radieschen wachsen sind auch geerntet da hier sind zwei drinnen das heißt es muss ja auch hier hoch gehen oder 51 von 80 was machen die denn da alle haben die nichts zu tun was soll der blödsinn das ist jetzt hier der ding ganz nah machen wir doch mal da vergrößerung oder wenn wir noch mal eine zone aus hier ist die ne wer wo ist die kutsche da ist die kutsche machen wir hier noch mal marken gucken wir uns das mal an ob da auch welche hingelaufen werden ja schon herber oder die warten drauf das sind alles erntehelfer oder was wie viel haben wir da erntehelfer 23 und die warten darauf dass das getreide reif wird wahrscheinlich so ungefähr wird das sein gut das bedeutet hier waren wir ja schon mal bei oder nee das war der berg da ist schon keiner mehr sagen wir es so dann machen wir das hier mal so und na falsche taste erwischt dann bauen die das da schon mal weg dann machen wir den berg platt so da kommt irgendwo ein händler ja hier ist obst sind alles nur apfelbäume oder das sind auch bierenbäume sind das auch ja die sind genauso dann haben wir die bestimmt abwechselnd gut aber jetzt sind auch nicht mehr so viele drin keine ahnung warum ist denn jetzt mehr essen dann da kein doch ein brot jetzt gerade eine bierne zwei äpfel hier ist ein stück kuchen ist die frage wo es zu klein für ist jetzt ist der händler da da sind alle sachen die wir nicht unbedingt brauchen kommen die rüstung nehmen wir noch mit das und das was das eisen ne der rest möchte ich nicht äh steine möchte der haben 100 steine das dauert zwar eine weile aber wir haben bestimmt noch leute jetzt machen können gut los geht's ja so ein bagger ne man muss die steine aber auch einzeln weg bringen gut ok jetzt laufen die alle runter und holen die steine auf das doch auch schon mal was ne oder da sind die schon mal beschäftigt die ersten sachen jetzt nicht so aus oder nicht wirklich kurzschwerter da ist nix nix doch da ist was bogen brustplatten stiefel helm noch ein helm brustplatte und noch ein helm gut ok sieht's denn oben aus da werden die löcher auch immer mehr gestopft passt schon ne ist was runtergefallen hier wo wohl nicht ne geht wohl alles auch schön gut ok machen die hier rumtanzen haben wir eigentlich hier irgendwo ein steinlager ich glaube eigentlich ja ne da war nicht der ist es auch nicht der ist es auch nicht nicht oder haben wir keins gehabt ist das hier mit drunter Flint Kohleglas ne wohl nicht aber wir können das ja mal ändern können das ja mal so machen oder Managed Stoppile sind auch alle gesperrt machen wir die mal da frei ne dann sollen die doch mal steine hinbringen dann sehen wir wie es da wird gut Betten nehmen auch zu die Frage haben wir noch irgendwo hier hinzustellen ja guck mal hier müsste sogar eins hin und da auch aber macht keiner ne wie schaut's hier eigentlich oh da ist jemand gestorben und zum Geist geworden oh dreie sogar das ist ein großes Problem das ist nicht gut warum ist denn die Treppe da nicht hochgegangen oder warum geht da keiner die Treppe hoch wo ist denn hier das Treppenhaus da da geht's doch auch noch bis dahin ne die Ebene können die noch ich glaube da könnte ich jetzt auch noch einen Stein setzen oder ich glaube das geht dann können die da immer noch hochgehen natürlich eine schweres Unterfangen mit den drei Geistern da oben ja muss mal gucken da ist jetzt grad dunkel geworden aber der Stein ist schon gekommen das würde bedeuten lass uns mal haben wir da ausgewählt nein da müsste eine Treppe hin dann lass uns mal hier drei Steine machen erstmal oder ja jetzt seh ich das so schwierig da muss eine Treppe hin Moment da ja ist er wieder weg warte mal da kommt eine Stufe hin ja dann doch da so wäre es richtig ne und dann müssen wir den da ja wegnehmen macht er nicht ne na egal dann hätte ich gerne da einen Stein der ist richtig und der ist falsch dann den bitte anloggen und nochmal einen auswählen und da zwei drauf machen fertig ich glaube dann kann man auch hochlaufen hier müssen wir jetzt nur eine Treppe ziehen nicht ne leiter Treppe Treppe war hier das ist mal gerade offen zurück zurück noch zurück und was hier nein beim Werkzeug war das da so da ja ja muss man mal gucken wie das wird da ne keine Ahnung auf jeden Fall können die da jetzt hoch beziehungsweise runter jetzt muss man nur aufpassen wenn Rüstung da ist so wie jetzt gerade dass die dann auch genug Materialien mit haben um die zu bekämpfen das hat ja jetzt geklappt und wird auch schon beerdigt so jetzt mal da noch zwei da kommt ein Held aber leider nicht richtig nö gut achso hier sind zwei gestorben deswegen sind keine drei Haufen so da kam einer aber keine Ahnung wo die hingehen ah die gehen durchs Haus im Keller alles klar super gut wie sieht es denn beim Händler gerade aus da können wir nochmal reingucken ist nur da der ist nur da wo kriegt er denn noch noch reichlich Steine ok ja aber ich würde auch sagen für die Folge soll es erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss